Wenn man in der Natur schaut, dann macht die das ganz perfekt, dann geht das ganz einfach. Und das dann technisch so umzusetzen, so technische Materialien zu finden, die die Natur nachahmen, um das dann anzuwenden in der Technik im allgemeinen Leben, das war ganz spannend zu sehen, was funktioniert da überhaupt. Und da ganz viel zu probieren und nochmal neu das zu machen und zu überlegen, es funktioniert nicht, ich mach's nochmal anders. Und immer wieder an diesen Punkt zu kommen und sich selbst zu motivieren und zu sagen, ich mach weiter und ich will, dass das funktioniert, weil das ist eine ganz tolle Sache.